Hallo, ich bin Melanie von When the Climate Crisis Claims Your Home. Checkt unsere Website und macht unsere Art Competition mit. Alle Infos findet ihr auf www.unsa-vienna.org. Heute spreche ich mit Manfred Nowak. Er ist heute aus Venedig zugeschalten. Hallo Manfred. Hallo Melanie. Manfred ist Jurist und Menschenrechtsexperte. Seit 2016 ist er auch hauptberuflich in Venedig als Secretary General des Global Campus of Human Rights. Manfred hat auch das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte mitgegründet und es viele Jahre geleitet. Jetzt ist er auch Leiter des Vienna Master of Arts in Applied Human Rights an der Angewandten in Wien. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Bevor wir loslegen, stell dich doch bitte nochmal selbst vor und sag uns auch, warum du heute hier bist. Ja, weil das Thema How the Climate Crisis Claims Your Home und auch andere Dinge, die wir heute besprechen, ein sehr wichtiges und zentrales Thema der derzeitigen Menschenrechtsdiskussion ist und einfach sehr, sehr viele Leute betrifft und darüber ein bisschen ein Hintergrundgespräch zu führen, ist schön. Ich habe mich viele Jahre in unterschiedlichsten Funktionen an der Universität Wien, aber auch an anderen Universitäten und jetzt hier in diesem Global Campus of Human Rights. Das ist eine große Organisation. Wir sind ein Netzwerk von 100 Universitäten in allen Regionen der Welt. Wir haben sieben Masterprogramme für Studierende aus allen Bereichen, die sich aber alle mit Menschenrechten und Demokratie befassen, also in Pretoria für den African Master oder in Buenos Aires für den Latin American Master, in Bangkok für Asia Pacific, in Beirut für den Arab Master und so weiter, aber auch natürlich hier in Venedig den European Master. Und das sind Themen, die immer wieder auftauchen und die wir behandeln müssen. Wie gehen wir überhaupt mit unserer Zukunft um? Was ist die Beziehung auch zwischen dem Klimawandel und Menschenrechten? Klimawandel ist eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Also da gibt es sehr, sehr viele spannende Themen. Was ist deine Motivation, in diesem Feld zu arbeiten und wieso ist es dir so wichtig? Naja, die Menschenrechte ist ein sehr schönes Konzept, ein universelles Konzept. Menschenrechte sind ein universell anerkanntes Wertesystem, wie Menschen miteinander umgehen sollen, aber auch wie Staaten miteinander umgehen sollen, Staaten mit ihren Bewohnern, aber auch Staaten mit Fremden, also mit Menschen aus anderen Ländern, insbesondere natürlich auch mit Migrantinnen, mit Flüchtlingen. Und die Menschenrechte sind nicht jetzt eine Ideologie, aber sie sind ein geschlossenes System, ein sehr, sehr weit entwickeltes System, wo man, wenn man Menschenrechte gut versteht und sie anwenden kann, also wir sprechen oft von der Menschenrechtsbrille, wenn ich ein Problem habe und mit der Menschenrechtsbrille darauf schaue, dann habe ich viele Möglichkeiten, dieses Problem vielleicht anders zu betrachten, zu lösen, an Lösungsansätze heranzugehen, als wenn ich dieses Werkzeug eben, die Menschenrechte nicht habe. Und das gilt jetzt für viele Fragen, für die Art und Weise, die großen Herausforderungen, die Kriege in dieser Welt, die großen Migrationsprobleme, jetzt zum Beispiel, wir müssen besser vorbereitet sein, auch auf diese großen Pandemien, wie jetzt Covid-19. Alles das kann ich besser lösen, wenn ich das aus der Sicht der Menschenrechte mache. Und das gilt natürlich auch für den Klimawandel, als, wie ich schon gesagt habe, doch die zentrale Herausforderung für das Überleben des Planeten schlechthin und auch zukünftige Generationen Kinderrechte für uns sind. Das ist auch sehr spannend, dass in den Fridays for Future Streiks und Demonstrationen Kinder, Jugendliche, Schülerinnen wirklich die Initiative ergriffen haben, zu sagen, uns reicht es, wie die ältere Generation bisher auf diese Herausforderung reagiert oder besser gesagt nicht reagiert hat. Wir wollen die Verantwortung selbst übernehmen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir haben im Global Campus auch Kinderrechte jetzt als ein ganz spezielles Thema. Und mit Kinderrechten meine ich natürlich auch die Rechte zukünftiger Generationen. Und da schließt sich wieder der Kreis zum Klimawandel. Also Menschenrechte, die sind grundsätzlich auf jeden Fall sehr hilfreich, alle Herausforderungen, nicht nur die Klimakrise, sondern auch Kriege und Pandemien und alles Mögliche zu lösen. Hast du persönlich auch schon irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema eben Menschenrechte und Klimakrise gehabt? Natürlich. Natürlich in vielen Bereichen. A, bin ich ja zumindest vor Covid-19 in meiner Funktion oder meinen unterschiedlichen Funktionen sehr viel in der Welt herumgereist, möglicherweise zu viel, aber daher natürlich auch in Gebiete gekommen, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Und das Unfaire an dem Ganzen ist ja, dass wir im globalen Norden, also die reichen Industrieländer, die mit Abstand höchste Verantwortung tragen dafür, dass eben so viel CO2 emittiert wird, ob das jetzt durch den Verkehr ist oder auch den Flugverkehr oder die Industrie und so weiter, aber zum Teil auch einfach unser hoher Lebensstandard. Wir verbrauchen einfach sehr, sehr viel Energie und auch sehr viel CO2, dass wir dann in die Luft blasen. Aber die, die am stärksten davon betroffen sind, sind die armen Länder im globalen Süden. Und wenn man sich hier zum Beispiel im Pazifik manche Inselstaaten ansieht, dann sind die vom Klimawandel, also insbesondere vom Anstieg des Meeresspiegels, besonders betroffen. Das sind aber gerade jene Menschen, die eigentlich in Armut leben und die sehr wenig zum Klimawandel beitragen, aber die am schlechtesten damit umgehen können. Wenn ganze Inseln wie Tuvalu oder Kiribati oder so weiter, wenn die durch den Anstieg des Meeresspiegels untergehen, also sprichwörtlich untergehen, dann müssen die Menschen dort fliehen und werden sogar möglicherweise staatenlos, weil ihre Staaten dann nicht mehr existieren. Und es müsste eine internationale Verantwortung geben, dass jemand diese Menschen aufnimmt. Das sind dann sogenannte Klimaflüchtlinge, Menschen, die vertrieben wurden einfach durch den Klimawandel. Aber niemand fühlt sich wirklich verantwortlich, weil man nicht genau jetzt sagen kann, der Mensch, der jetzt in Tuvalu fliehen musste, oder in Papua-Neuguinea gibt es Inseln, die nicht mehr wirklich bewohnbar sind, dass dafür jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika oder die Europäische Union oder China verantwortlich sind, weil es sind alle gemeinsam verantwortlich. Und das zweite Unfaire ist, dass es gibt natürlich auch im Norden Staaten, die durch den Anstieg des Meeresspiegels besonders bedroht sind. Ich sitze in einer Stadt, Venedig, eine Lagunenstadt, die natürlich besonders bedroht ist. Ich habe lange Zeit in den Niederlanden gelebt. Die Niederlande heißen Niederlande, weil sie sehr, sehr niedrig sind, zum Teil unter dem Meeresspiegel. Aber die sind nicht so sehr bedroht, weil die Holländer haben jahrhundertelang sich immer gegen das Meer geschützt. Die haben Teichbauten-Technologie entwickelt, um sich zu schützen. Also diese sogenannten Mitigating Measures. Also wie kann man die Auswirkungen des Klimawandels, kann ich in den Niederlanden, die sind wahrscheinlich viel besser gefeit, auch ein Anstieg um einen Meter, irgendwie immer noch so zu behandeln, dass Amsterdam nicht untergeht. Oder dass Venedig nicht untergeht. Aber die armen Staaten wie Bangladesch zum Beispiel, Bangladesch ist ein Küstenstaat, wenn dort ein Meter der Meeresspiegel ansteigt, dann sind Millionen Menschen plötzlich obdachlos. und werden zu Vertriebenen, die entweder interne Vertriebene sind, dann irgendwo sonst in einem allerdings sehr, sehr dicht besiedelten Land wie Bangladesch dann umsiedeln müssen. Oder sie müssen eben das Land verlassen. Und niemand will sie aber aufnehmen, weil wir eine, gerade im Norden, derzeit eine Politik haben, die sehr, sehr feindlich ist Flüchtlingen und Migrantinnen gegenüber. Ja. Du bist ja Menschenrechtsexperte und hast ja auch jahrelang das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte geleitet. Was sagst du, wie können wir bei diesen 200 Millionen erwarteten Klimaflüchtlingen bis 2040 die Wahrung der Menschenrechte sichern? Ich glaube nur, wir haben am Boltzmann-Institut größere Projekte durchgeführt, wo wir genau diese Frage uns angeschaut haben, ist das derzeitige Flüchtlingsrecht, das ja noch aus der Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stammt, wo man also vor allem daran gedacht hat, die Flüchtlinge durch, die durch den Zweiten Weltkrieg verursacht wurden, beziehungsweise dann im Kalten Krieg mit dem Eisernen Vorhang, wo es vor allem darum ging, dass Menschen aus den kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas nach Westen, in den Westen geflohen sind, das war damals, was wir mit Flüchtlingen gemeint haben, und die nur dann Flüchtlinge sind, wenn sie irgendwie aus rassischen oder politischen Gründen verfolgt sind, oder religiösen Gründen, wie die Juden, verfolgt sind, und deswegen ihr Land verlassen mussten, weil sie sonst umgebracht worden wären, oder gefoltert werden, oder so weiter. Und daraus hat sich die Genfer Flüchtlingskonvention entwickelt. Dort steht aber nicht drinnen, auch wenn jemand deswegen sein Land oder ihr Land verlassen muss, weil er oder sie dazu gezwungen ist, das zu tun. Dann ist diese Person aber nicht verfolgt, das fällt also nicht unter die Definition des Flüchtlings. Und wir haben uns dann viele Überlegungen gemacht, wie kann ich trotzdem mit dem geltenden Völkerrecht irgendwelche Lösungen finden, aber das ist eben wahnsinnig schwer. Das heißt, die Antwort auf die Frage ist, wir müssen hier völlig umdenken. Wir müssen neue Instrumente schaffen, wir müssen auch die Menschen mehr sensibilisieren dafür, dass Klimaflüchtlinge, dass wir verantwortlich sind, kollektiv, die reichen Länder mit unserem Lebensstandard, wir sind verantwortlich dafür, dass Menschen aus dem globalen Süden, und das habe ich nur von einer Gruppe geredet, nämlich von jenen, die durch den steigenden Meeresspiegel in ihrer Heimat bedroht sind. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, es gibt diejenigen durch die zunehmende Austrocknung. Das ist auch eine Folge des Klimawandels, dass gerade in der Sahelzone, also etwas südlich der Sahara in Afrika, in Staaten, die sehr, sehr trocken immer schon waren, aber wo es noch genügend Möglichkeiten gab, dass sie sich durch Weide, also die nomadische Lebensweise, dass sie dort mit ihren Rinderherden sich immer wieder ihre Familien ernähren konnten, und dort wird einfach das Wasser knapp, und diese Menschen werden auch gezwungen, Länder wie eben, das ist Niger, das ist Tschad, Mali, also diese ganze Gegend, Sudan hinüber, dass die auch zunehmend heimatlos werden, weil sie einfach gezwungen sind, ihre Heimat, ihre angestammte Heimat zu verlassen. Das heißt, es gibt viele Klimaflüchtlinge, die durch die unterschiedliche Art und Weise vom Klimawandel so betroffen sind, dass sie sich nicht mehr wirklich ernähren können oder in ihren Dörfern nicht mehr leben können. Ich würde gern nochmal darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass wir komplett umdenken müssen, um die Wahrung der Menschenrechte zu sichern. Wo siehst du da Potenzial für Veränderungen? Also was können Institutionen tun und was kann auch die Politik tun? Es ist im Wesentlichen eine politische Frage. Wir leben in einer wirklichen Krise und die hat verschiedenste Ursachen. Meiner Meinung nach ist das neoliberale Weltwirtschaftssystem in Zeiten der Globalisierung, der Digitalisierung die Hauptursache, weil wir alle nur mehr in einer Art und Weise denken, die nur mehr profitorientiert ist. Und der Staat sich sehr, sehr zurückgezogen hat und das ist eine politische Entscheidung nicht nur der Staaten, sondern auch der internationalen Institutionen, der Weltbank insbesondere, des Internationalen Währungsfonds zu sagen, eben die drei Mantras privatisieren, das heißt möglichst viel der klassischen Staatsaufgaben an private, das heißt natürlich transnationale Konzerne zu verlagern, deregulieren, das ist das Zweite. Das ist vor allem, dass die internationalen Finanzmärkte völlig dereguliert wurden und wir sehen das überall. Das hat dann zu unglaublichen Spekulationen geführt, zum Bankenkrach des Jahres 2008, zu einer wirklich globalen Finanzkrise, weil einfach viele Menschen nur mehr durch Finanzspekulationen ihres Geld geschäffelt und verdient haben und damit aber anderen das weggenommen haben. Das heißt, also die Deregulierung hat sich als völlig falsch herausgestellt. Wir sehen das ja jetzt auch wiederum, gerade das Wirecard oder die burgenländische Kreditbank, wo einfach, es ist eine Art und Weise von, dass es keine wirkliche Aufsicht mehr gibt und dadurch es wirklich viele Finanzspekulanten gibt, die irrsinnig reich werden, aber das Geld wird ja irgendwo im anderen weggenommen, den kleinen Sparern etc. und das dritte ist die Minimierung der Rolle des Staates und das hat dazu geführt, zum einen, dass ein unglaublicher Anstieg der wirtschaftlichen Ungleichheit, wir haben das seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr so gehabt, dass die Reichen superreich sind und die Armut zunimmt, also dass sowohl die Ungleichheit des Vermögens aber auch die Ungleichheit des Einkommens, früher haben wir irgendwie so das Gefühl gehabt, in der Nachkriegszeit, 50er, 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass wenn man ein Leben lang wirklich hart arbeitet, dann hat man am Ende des Lebens so viel, dass man gut davon in der Pension leben kann und seinen Kindern geben kann. Heute stimmt das einfach nicht mehr, sondern diejenigen, die viel erben, also die viel Kapital haben, das sind diejenigen, die gut leben können, aber von der Arbeit allein kann man eigentlich nicht mehr wirklich leben. Das heißt, und diese unglaubliche, also es sind glaube ich, die Zahlen ändern sich immer, aber circa 80 der reichsten Milliardäre auf der Welt haben ungefähr gleich viel wie 50 Prozent der Weltbevölkerung. Das ist einfach undenkbar und unmoralisch und das führt aber zu einer zunehmenden Aushöhlung des sozialen Zusammenhalts unserer demokratischen Gesellschaften. Das heißt, das führt zu einer Krise der Demokratie. Wir sehen das heute in Amerika, also dass Leute wie Donald Trump überhaupt demokratisch gewählt werden, ist, war vor 30, 40 Jahren völlig undenkbar. Leute, die einfach nicht geeignet sind und die auch wieder immer nur an ihrem eigenen Vorteil bedacht sind, dass das Geld eigentlich letztlich der wesentliche Faktor ist, wer dann Wahlen gewinnt, aber wir sehen das auch in Europa, wir sehen also eine Krise der Demokratie. Und das bringt mich jetzt wieder zurück zu der Frage, das heißt, wir müssen ein völlig anderes Wirtschaftssystem und damit auch politisches System haben. Wenn wir wieder zurückkehren zu einer Wirtschaft, die stärker staatlich reguliert ist, dann kann man auch Dinge wie den Klimawandel in den Griff bekommen. Das Mantra, der Markt wird schon alles richten, hat sich einfach als falsch herausgestellt. Das stimmt nicht, das haben wir jetzt wieder gesehen bei der Corona- oder Covid-19-Krise, Pandemie, dass wir gesehen haben, jene Staaten, die die soziale Sicherheit wirklich ausgehöhlt haben, sehr, sehr weitgehend durch Sozialabbau, also Minimierung des Staates. Die Vereinigten Staaten sind das klassische Beispiel, wo das Gesundheitssystem einfach, das öffentliche nicht funktioniert. Die Reichen haben tollen Zugang zu den elitären Gesundheitseinrichtungen, aber die große Mehrheit der armen Menschen in Amerika ist nicht einmal sozial versichert. Das heißt, die haben keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Und es ist nicht zufällig, dass gerade Leute dann wie Trump, die das überhaupt geleugnet haben und gesagt haben, das ist ein China-Virus oder was immer, die haben heute die höchsten Toten, die höchste Anzahl an Corona-Infizierten. Das gleiche gilt für Brasilien, das ist das zweite Land, wo ein Jair Bolsonaro, wiederum ein rechter, populistischer Politiker, der den Klimawandel leugnet und gleichzeitig den Amazonas, also Raubbau am Amazonas betreibt, wie niemand vor ihm, was wiederum auch ein Beitrag ist zum Klimawandel. Dass diejenigen, die Staaten sind, die sich am schwersten tun oder auch in Europa. Wir sehen, dass Boris Johnson ist auch so ein populistischer Politiker, der es zustande gebracht hat, das Vereinigte Königreich von England und die britischen Inseln faktisch von der Europäischen Union zu trennen mit völlig unsinnigen Argumenten und auch lange Zeit das Coronavirus geleugnet hat, dann leider selbst ergangt ist daran, dann hat er gesehen, es ist auch schwierig, aber das britische Gesundheitssystem wurde auch extrem ausgedünnt und daher haben auch die Briten ein großes Problem. Wir sehen das auch in Italien, weil umgekehrt Staaten, die noch ein halbwegs funktionierendes Gesundheits- und Sozialversicherungs- und Soziales Sicherheitssystem hatten, wie die nordischen Staaten, aber zum Glück auch Österreich und Deutschland, die haben die ganze Covid-19-Pandemie viel, viel besser gemanagt und mit ihrem Gesundheitssystem auch, das ist nie an die wirklichen Grenzen gekommen, so wie wir das vorher in Italien gesehen haben. Auch Italien hat die Anzahl der Intensivbetten im Zuge neoliberaler Reformen massiv abgebaut und jetzt haben sie dann die Rechnung dafür präsentiert bekommen. Also das heißt, das ist ein gutes Beispiel. Langer Rede, kurzer Sinn, wir müssen wieder die Politik, muss wieder die Oberhand über die Wirtschaft gewinnen, über das reine Profitdenken. Wir brauchen wieder auch Politiker und Politikerinnen, die eben nicht mehr nur populistisch sind, das heißt nicht nur gerade auf die Umfragewerte schauen, die ihnen kurzfristig helfen, sondern eine längerfristige Vision haben. Und diese Staaten müssen dann die Initiative ergreifen, dass wir auf der multilateralen Ebene, das heißt zum einen schon in der Europäischen Union, und da zeigen sich ja positive Entwicklungen, sie wirklich den Klimawandel ernst nehmen und natürlich auf der globalen Ebene im Rahmen der Vereinten Nationen, im Rahmen der Weltgesundheitsorganisationen und so weiter, also dass jemand wie Trump jetzt aus der Weltgesundheitsorganisation aussteigen will, ist einfach, das ist völlig unfassbar, weil ohne Weltgesundheitsorganisationen würden wir viel schlechter dastehen, aber das ist so diese egoistische Denkweise, er merkt er first, obwohl er genau merkt, dass er selbst versagt in der Bekämpfung dieser Pandemie, aber er hat immer Sündenböcke, und das ist ihm jetzt, die Weltgesundheitsorganisation ist schuld an seinem eigenen Versagen. Also das heißt, wir müssen wieder mehr Staat haben, aber auch mehr Zusammenarbeit der Staaten, weil nur gemeinsam können die Auswüchse des Kapitalismus, das heißt der transnationalen Konzerne, die sind ja global vernetzt, und wenn immer ein Staat jetzt versucht, sie zu kontrollieren, dann gehen sie halt irgendwo anders hin, vor allem halt, wo sie halt ihre Profite dann auf die Cayman Islands oder sonst irgendwo hin schieben, wo sie keine Steuern zahlen müssen und so weiter, sondern wir können nur gemeinsam auch die transnationalen Konzerne wieder ein bisschen unter Kontrolle bringen, anders werden wir den Klimawandel nicht wirklich bekämpfen können, effizient, da gibt es schöne, die Pariser Konferenz, wir haben die sogenannte Agenda 2030, das heißt bis 2030 gibt es 17 nachhaltige Entwicklungsziele und viele davon sind auch im Bereich des Umweltschutzes, die haben die Staaten, auf die haben sich die Staaten geeinigt, aber natürlich müssen die auch umgesetzt werden, wir haben nur mehr zehn Jahre Zeit, es geht, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, aber viele der derzeitigen Politiker müssten ausgetauscht werden, wir müssen wieder ein völlig anderes globales Bewusstsein schaffen und genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben, lauter nationalistische Politiker, die immer nur an ihr eigenes Land und das heißt in Wirklichkeit nur an ihren eigenen Vorteil denken. Also von politischer Ebene müssen wir ein bisschen weniger egoistisch werden, wenn man das so ganz kurz zusammenfassen kann. Viele unserer Zuhörer sind jetzt aber sicher keine Politiker oder Experten. Was kann man als einfacher Mensch tun, wenn man nicht an irgendwelchen Schalthebeln sitzt, um Veränderungen zu bewirken? Wie kann man trotzdem Veränderungen bewirken? Also ich glaube, dass diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung, die Greta Thunberg in Schweden begonnen hat, eine 16-jährige Schülerin, aber die sehr schnell eine weltweite Bewegung wurde, die getragen ist von jungen Menschen, von Schülerinnen und Studierenden und die Massen auf die Straße getrieben hat und von den Schulen weggetrieben hat, einfach zu sagen, wir wollen jetzt wirklich die Entscheidung selbst in die Hand nehmen, das hat schon wahnsinnig viel bewirkt. Da ist viel, viel der etablierten Politiker sind plötzlich aufgewacht und haben gesagt, da ist doch irgendwas dran und wir müssen mehr tun und so weiter. Das heißt, die Macht der Straße ist nicht zu unterschätzen. Wir haben das auch jetzt wieder gesehen mit Black Lives Matter. Der ausschlaggebende Punkt war der Mord an George Floyd, an einem amerikanischen, Afroamerikaner, der von einem weißen oder mehreren weißen Polizisten auf brutalste Art und Weise ermordet wurde und der wiederum einfach gezeigt hat, wie sehr der Rassismus Teil der Polizei ist und zwar nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort ist es besonders arg. Die Polizei ist besonders rassistisch, das ganze Justizsystem ist besonders rassistisch und das insbesondere gegen Afroamerikaner gerichtet, aber auch gegen Latinoamerikaner, also gegen alle Migrantinnen. Die Afroamerikaner sind nicht einmal Migrantinnen, sondern das sind die Nachkommen der ehemaligen Sklaven. Das heißt, aber das gilt auch für die britische Polizei und das gilt auch für die österreichische Polizei. Das heißt, einfach auch diese Dinge bewusst zu machen und das hat jetzt schon viel bewirkt, dass ganze Polizeieinheiten in ganzen Städten völlig neu organisiert werden. Das heißt, die Menschen müssen einfach mehr politisch auf die Straße gehen und wiederum Black Lives Matter war im Wesentlichen getragen von Jugendlichen, von jungen Menschen, die hier gesagt haben, uns reicht es. Und dann gibt es natürlich viele andere auch, die einfach sagen und auch viel radikalere Bewegungen wie die Fridays for Future, wo man wirklich sagt, es ist fünf Minuten vor zwölf. Und wenn die Politik nicht sehr, sehr schnell und die Politik mit Wirtschaft, das ist ja diese Verbindung, das ist ja Teil des Neoliberalismus, dass man sagt, möglichst wenig Staat, die Wirtschaft, der Markt wird alles regeln, aber er wird unterstützt dabei von der Politik und das führt natürlich auch zu Korruption und so weiter. Also dieses Ganze, es ist daher auch derzeit das Vertrauen in die Politik sehr, sehr klein und das kann man verändern, wenn natürlich auch wie derzeit in Österreich grüne Parteien an der Macht sind, also an der Regierung sind, dann hat das natürlich sehr positive Konsequenzen für die Umwelt, weil das sind die Parteien, die am stärksten sich immer schon für die Umwelt und gegen den Klimawandel eingesetzt haben, aber es gibt auch andere Parteien, die in diese Richtung arbeiten, das heißt, auch solche Parteien zu stützen, ist derzeit wahnsinnig wichtig, man kann auch selbst in der Zivilgesellschaft, es gibt ja sehr viele nichtstaatliche Organisationen, von Greenpeace angefangen, über viele andere, die sich eben mit Umweltfragen im weitesten sind, da geht es ja nicht nur um den Klimawandel, es geht ja auch um das Artensterben, wir haben ja durch den Klimawandel, aber auch durch andere Umwelteinflüsse, dass viele Insekten, aber überhaupt Tiere, einfach vom Aussterben bedroht sind oder schon ausgestorben sind und dadurch natürlich das natürliche Gleichgewicht der Welt massiv verändern, wie gesagt, was sich derzeit im Amazonas abspielt, ist einfach unbeschreiblich, wie viel Holz hier mutwillig von der Regierung, aber wiederum gemeinsam mit den großen Holzkonzernen einfach abgewolzt wird, nur um zum einen Profite zu machen, weil das ja sehr wertvolles Holz ist, aber zum anderen eben und Amazonas ist die grüne Lunge der Welt, das ist nicht nur für Brasilien oder Südamerika, sondern die gesamte Erde profitiert, das ist der größte Regenwald, den wir haben, der zweitgrößte ist im Kongo, dort ist es nicht viel besser, weil dort ständig irgendwelche Kriege geführt werden und Mineralien und so weiter, das heißt, wenn wir das abholzen, dann sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen und das muss einfach eingedämmt werden, die indigene Bevölkerung dort ist allein viel zu schwach, um sich dagegen zu wehren, aber sie wehren sich dagegen, die müssen unterstützt werden, da gibt es wiederum viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für die Rechte indigener Völker einsetzen, all das sind Menschenrechte im weitesten Sinn und in die Richtung müssen wir arbeiten, also Zivilgesellschaft kann schon sehr viel bewirken, aber sie muss dann letztlich natürlich die Politik auf ihre Seite bringen, also die Politik überzeugen und natürlich im weitesten Sinn auch die Wirtschaft zu einem Umdenken bewegen, ich glaube, dass jeder Einzelne von uns hier sehr viel machen kann, natürlich sind das immer nur Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn viele zusammenwirken und da bin ich einfach, obwohl viele andere schon sehr pessimistisch sind, ich bleibe als Menschenrechtslehrer optimistisch und ich habe ein sehr großes Vertrauen in die junge Generation, dass sie ein stärkeres Bewusstsein entfalten, als diejenigen, die von der Gier des Kapitalismus schon zu sehr angesteckt wurden. Jetzt kann man dieses Thema aber eigentlich nicht nur von Wirtschaft, Politik und auch zivilgesellschaftlicher Seite betrachten, sondern auch von einer künstlerischen Seite. Du hast dir den Vienna Master of Arts in Applied Human Rights ins Leben gerufen, der ab März nächsten Jahres an der Angewandten angeboten werden wird. Und ich finde, der ist auch ganz schön eng verknüpft mit unserem Projekt When the Climate Crisis Came to Home Art Competition. Genau. Warum hast du diesen Master gegründet? Warum denkst du, dass der künstlerische Ansatz zu Human Rights ein guter ist? Und vor allem warum genau jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns das lange auch überlegt, weil wir haben ja noch immer laufen einen interdisziplinären Master of Arts in Human Rights an der Universität Wien und haben jetzt aber auch ein Angebot angenommen der Universität für Angewandte Kunst, weil die unter ihrer derzeitigen Führung auch wirklich sehr sehr offen ist. Die wollen Leute jetzt nicht nur im künstlerischen Bereich ausbilden, sondern so ausbilden, dass sie auf die großen Herausforderungen unserer Zeit auch entsprechend vorbereitet sind und darauf mit künstlerischen kulturellen Skills dann antworten können. Und deswegen Menschenrechte ist so ein bisschen was Umfassendes, weil alle diese Fragen, die wir jetzt gerade besprochen haben, sind zutiefst menschenrechtliche Fragen. Und daher haben wir gesagt, und wir haben auch schon bisher, also zum Beispiel hier auch in Venedig, ich, viele werden wissen, Venedig am Lido, wir sind hier am Lido, also dieser Insel vor Venedig, da gibt es das älteste Filmfestival der Welt, der Goldene Löwe, der da immer vergeben wird und das beginnt jetzt in zwei Wochen und wir machen immer dazu eine Summer School on Cinema, Human Rights and Advocacy, das heißt, wir versuchen hier, wir haben das schon lange gemacht, dass wir Menschenrechte mit Film verbinden, weil der Film natürlich eine ganz andere Öffentlichkeits Wirksamkeit hat, hat, das heißt ein guter Film, der ein Flüchtlingsdrama oder die Ausbeutung des Amazonas oder eben auch den Klimawandel und dann wirklich zeigt, was bedeutet das für die betroffenen Menschen und wenn so ein Film nicht nur auf einem kleinen Human Rights Documentary Filmfestival gezeigt wird, sondern auch in die großen Kinos kommt, dann hat er eine ganz andere Breitenwirkung und natürlich Filmstars sind natürlich Leute, die Menschen anziehen und die eine ganz andere Möglichkeit haben, eine menschenrechtliche Message an die Menschen zu bringen, das heißt, der Film ist eine der Möglichkeiten, wir arbeiten nicht, ich bin gerade Mitherausgeber eines Buches über Music in Türennwalz und man würde nicht glauben, wie viel Musik mit Menschenrechten zu tun hat, die universelle Sprache der Musik, die alle irgendwie verstehen und die universellen Menschenrechte wie die Hand in Hand gehen, aber warum wiederum, es gibt so viele tolle Konzerte, die organisiert wurden, das können klassische Konzerte sein, aber vor allem Popkonzerte oder Rockkonzerte, die dann ein Konzert vor Afrika, wo wirklich darunter bekämpft wurde in Afrika und wo bekannte Bands und Sängerinnen einfach viel, ein viel größeres Publikum ansprechen und darauf ansprechen, dass eher etwas verändert werden muss oder dass ich kann mich selbst erinnern, ich war lange Zeit in früheren Jugoslawien zur Zeit des Krieges und kurz danach und es war unheimlich schwierig Bosnien und Herzegowina wieder aufzubauen und dann ist Bono gekommen mit einem U2 Konzert im großen Fußballstadion von Sarajevo und plötzlich konnten Serben, Kuarten und Muslime zusammen feiern, weil alle an die Musik geglaubt haben, wo sie vorher aber eigentlich gegenseitig sich umgebracht haben und nichts mehr miteinander zu tun haben wollten. Das heißt Völkervereinigung, Menschen unterschiedliche Religionen wieder zusammenzubringen, da hat Musik unglaublich viel Potenzial, aber jetzt könnte ich weitergehen, die unterschiedlichen Kunstformen des Geldes gilt natürlich auch für die bildende Kunst, viele berühmte Gemälde von Picasso und so weiter, die einfach Bewusstsein geschafft haben für menschenrechtliche Probleme und daher haben wir gesagt, wir müssen diese Synergie Effekte, die Menschenrechte, wie gesagt, ist ein sehr gut aufgestelltes, auch ein normatives Konzept, das ist von allen Staaten der Welt, auch in internationalen Verträgen festgeschrieben und akzeptiert worden als universelle Werte, aber es wird sehr oft nicht nachgelebt und wir jetzt Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und auch Zivilgesellschaft allein, sind oft zu wenig Breiten wirksam, um auch wirklich was zu erreichen, man kann schon auch auf der Ebene und mit den Vereinten Nationen, ja, ich habe verschiedenste Expertenfunktionen in der UNO gehabt, immer wieder ein bisschen was verändern können, aber wenn wir hier auch Künstler und Künstlerinnen mit einbeziehen sehen und viele Künstlerinnen haben genau das gleiche Gefühl, da ist etwas, something fundamentally wrong in the way we are living today, das ist so etwas, was ich immer wieder höre und viele haben das nicht so klar verstanden, wie hängen alle diese Dinge zusammen, dass die Weltwirtschaft und das Welt, auch politische System ist ja extrem und das Weltfinanzsystem extrem kompliziert geworden, um auch wirklich zu verstehen, menschenrechtliche Forschung hat sehr, sehr viel hier die Zusammenhänge aufgezeigt, aber Künstler, das heißt, wir sprechen auf der einen Seite Künstlerinnen an, die sagen, ich will eine sozial engagierte Kunst, ich will nicht einfach irgendein Bild malen, sondern ich möchte dieses Bild mit dem Bild etwas bewirken, aber ich weiß nicht genau, was ich bewirken kann, ich weiß nicht genau, worum es geht, die brauchen mehr menschenrechtlichen Background und dann gibt es viele Leute, die haben einen menschenrechtlichen Background, die haben schon in der UNO gearbeitet und so weiter und die sagen, aber das allein ist mir irgendwie zu wenig, ich will mehr Arts and Culture, ich will mehr auch künstlerische Möglichkeiten erkennen, vielleicht mehr auch selbst aneignen, um meine menschenrechtlichen Erkenntnisse und Botschaften auch unter die Menschen zu kriegen. Das heißt, diese beiden Bereiche enger zu verknüpfen, das ist genau das, was wir anstreben und es gibt aus der ganzen Welt, wir haben, es ist das der einzige Master, wir haben das wirklich gegoogelt und geschaut, es gibt keinen einzelnen anderen Master weltweit, der Menschenrechte, Arts and Culture miteinander verbindet und deswegen haben ja auch viele Leute aus Afrika und aus Asien und Lateinamerika, die sich beworben haben und ich bin sehr zuversichtlich, dass das ein toller Master werden wird, wo wir eben auch aus der Angewandten, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die die Kunst betreiben, aber nicht Kunst, auch wissenschaftlich, Kunstgeschichte und so weiter, aber eben mit diesem Anspruch, ich will mit der Kunst etwas bewirken, ich will nicht la pour la, sondern ich will wirklich auch sozial und politisch etwas verändern und wir bieten dafür wiederum das Tituls, das Handwerkszeug an, das man braucht, um zu erkennen, wo sind die großen menschenrechtlichen Probleme und Herausforderungen und wie können die aus menschenrechtlicher Sicht gelöst werden. Wir kommen jetzt schon gegen Ende Gibt es von deiner Seite noch etwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was du aber wichtig findest und noch gern sagen würdest? Ich glaube, und das ist auch ein Thema, das derzeit sehr breit diskutiert wird, wie schaut die Zeit post-Covid-19 aus und kann ich da nicht auch eine Verbindung herstellen und das glaube ich ist wahnsinnig wichtig, dass wir aus dieser ganzen Pandemie andere Schlussfolgerungen ziehen, wie 2008 bei der globalen Finanzen und Banken und Wirtschaftskrise, wo man damals nur irgendwie versucht hat, Krisenmanagement zu betreiben, die Banks that are too big to fail, die musste man irgendwie mit Steuermitteln dann wieder retten und manchen besonders unter dieser Krise leidenden Staaten, später auch Kriegenland und so weiter, muss man dann mit einem Rettungsschirm retten, das ist alles okay, aber es hätte uns die Augen öffnen müssen, dass das ja Ursachen hat, die ich versucht habe vorher aufzuzeigen, eben das neoliberale globale Wirtschaftssystem und da ist nichts geschehen, da gab es zwar auch damals alle möglichen Wall Street und so weiter, Demonstrationen, viele, die genau damals das gleiche gesagt haben, nicht don't go back to business as usual, genau das ist aber geschehen, weil die Staaten, weil die Politik und weil auch die Konzerne kein Interesse daran gehabt haben, hier wirklich was grundsätzliches zu ändern und kurz darauf, nachdem diese Banken mit Milliarden Beträgen von Staaten, das heißt aber letztlich aus den Mitteln der Steuerzahler und wir merken das noch bis heute, weil wir müssen alle sparen, damit diese Riesenbanken gerettet werden konnten und die haben dann kurz darauf wieder Boni ausbezahlt, das heißt zusätzliche Vergütungen für besonders erfolgreiche Manager, die ohne die schon Millionen pro Jahr verdienen. das heißt es ist wichtig, dass wir hier aus der globalen Covid-19 Pandemie andere Schlussfolgerungen ziehen und zum Beispiel wir haben gesehen, aus Angst vor dem Coronavirus wurde das wirtschaftliche Leben völlig zurückgefahren, wir haben lange Zeit gab es keine Flugzeuge mehr und Flugzeuge produzieren mit ihrem Kerosin sehr, sehr viel CO2 Ausstoß. Die Menschen konnten wiederum eine ganz andere Art des Lebens auch dank der Digitalisierung wir waren einfach es war uns möglich über Zoom oder andere Kommunikationsformen ich habe sogar alle meine Lehrveranstaltungen an der Uni heute Nachmittag habe ich einen Kurs in Kapstadt einen anderen in Salajevo und so weiter aber alles mache ich hier vor meinem Computer es geht das heißt wir haben sehr sehr viel gelernt dass wir auch anders leben anders kommunizieren können und wir sollten nicht jetzt nur einfach darauf warten endlich ist die Impfung da jetzt werden alle geimpft und jetzt wieder gehen wir zurück business as usual das sollten wir nicht sondern das ist ja das was immer gefordert wurde die wirtschaft muss massiv zurück geschraubt werden wenn wir den klimawandel erfolgreich bekämpfen wollen und erfolgreich bekämpfen heißt dass wir dass wir die totale erderwärmung auf unter 2 grad celsius beschränken und das geht aber nur wenn wir massive maßnahmen treffen das heißt eben zum einen natürlich die ganzen fossilen energien also vor allem halt kohlekhaftwerke einfach stilllegen und natürlich alles was mit öl zu tun hat und so weiter umstellen auf erneuerbare energien ob das jetzt solarenergie ist oder windenergie oder erdwärme und so weiter das heißt und da haben wir jetzt die chance weil wir gesehen haben es geht man kann die wirtschaft sehr zurückfahren natürlich führt das zu vielen arbeitslosen und kurzzeitarbeiten und so weiter die müssen auch entsprechend durch soziale systeme geschützt werden aber dass wir auch die wirklich die die schlussfolgerungen daraus lernen also bei einem kleinen beispiel anfangend ich bin generalsekretär eines einer globalen non-profit organisation eines global campus wo ich einfach sehr sehr viel in der welt herumgeflogen bin und wir überlegen uns jetzt eine doch eine ökologische sichtweise für die gesamte organisation viele dieser reisen sind vielleicht einfach nicht unbedingt notwendig manchmal muss man und ich will auch nicht sagen es sollte jetzt alles digital werden weil da fehlt der persönliche faktor also ich habe jetzt sechs monate im home office gearbeitet von wien aus denn einen großen laden mit 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 100 universitäten zu organisieren alle meetings zu organisieren alle teachings von wien aus oder von bayerbach einem kleinen ort 100 kilometer von wien entfernt wo ich mein home office hatte es geht irgendwie aber jetzt haben wir am vergangenen montag also vor zwei tagen haben wir das kloster in dem wir wieder aufgesperrt und es ist doch etwas ganz anderes mit den menschen wieder in direkter berührung zu sein das heißt einen vernünftigen mittelweg zu finden wo kann ich diese riesen konferenzen die ich wo ich vor zwei tage nach bünes aires fliege ist das wirklich notwendig kann ich ist wirklich wichtig oder in europa wir sind so sehr gewöhnt gewesen durch diese billig flieger und so weiter dass einfach fliegen billiger ist als mit der eisenbahn fahren das ist unsinnig sondern wir müssen jetzt und die EU hat das ja auch gesagt in ihrem neuen budget 30 prozent aller budget mittel der europäischen union müssen in klimafreundliche umweltfreundliche projekte investiert werden und dazu gehört an der ausbau der europäischen trans-europäischen eisenbahnnetze wenn ich die so gut ausbaue dann kann ich auch relativ schnell von wo immer jetzt von Wien nach ja eigentlich relativ weit bis in die nordischen Staaten herauf nach Frankreich ich muss nicht mehr überall hinfliegen das sind nur so kleine Beispiele da gibt es natürlich viele andere Dinge auch wo wir ökologischer bewusst arbeiten können und einfach jetzt die Lehren aus Covid-19 ziehen und wirklich zu sagen lass uns die beiden Dinge verbinden die Natur hat sich sehr erholt durch Covid-19 das sehen wir in vielerlei Bereichen auch die Artenvielfalt ist ein bisschen zurückgekommen das heißt versuchen wir das weiterzuführen und die Wirtschaft zwar schon wieder natürlich aufzubauen aber in einem ökologischen Sinn in einem Sinn dass sie nicht denn nicht klimaschädlich ist oder weniger klimaschädlich so dass wir die Klimaziele die Pariser Klimaziele auch wirklich erreichen können weil wenn wir sie nicht erreichen dann gibt es irreversible Schäden und die können wir nicht mehr rückgängig machen und wir hinterlassen das aber dann der nächsten Generation die in den in den Jahren zwischen 2030 und 2050 geboren werden wir haben diese Verantwortung ihnen einen Planeten zu hinterlassen der nach wie vor lebenswert ist das heißt wir sind ja gerade wirklich total in einem Moment für große Entscheidungen und auch große Veränderungen wo man total viel lernen kann aus den Dingen die gerade passieren jetzt würde ich dir noch gerne eine Frage stellen die wir all unseren Interviewpartnern stellen und zwar die folgende wenn du die Möglichkeit hättest zum Thema Klimakrise und Flucht etwas zu verändern ohne irgendwelche Gegenstimmen was würdest du da tun ohne Gegenstimmen ja Ohne Gegenstimmen ist schwierig weil natürlich kann man bei sich selbst anfangen und das tue ich auch das tun wir alle hier da habe ich keine Gegenstimme nur das allein verändert zu wenig das heißt ich kann zwar mit gutem Beispiel vorangehen aber das ist ich brauche dann auch viele andere die das gleiche tun das heißt man kann es nur man kann es nur gemeinsam machen also was ich vorher gesagt habe wirklich alle auffordern an diesen gemeinsamen Aktionen teilzunehmen ich weiß nicht ob das jetzt ohne Gegenstimme ist weil es natürlich auch viele Lehrer und Lehrerinnen und Schuldirektorinnen und so weiter gibt die die immer gegen die Art und Weise dieser Fridays for Future Demonstrationen waren aber das würde ich wirklich eine Bewegung finden die jetzt auch schon mit ein bisschen Vergessenheit geraten ist weil zu wenig bewirkt wurde aber dort würde ich wirklich einmal primär ansetzen dort mitzumachen und ich hoffe dass die Gegenstimmen dann möglichst ausbleiben cool zum Schluss würde ich noch gerne ein kleines Spiel mit dir spielen das ist recht einfach ich erkläre es dir mal ich stelle dir fünf kurze Fragen und die Idee ist dass du ohne allzu viel nachdenken einfach raus herauswortest ein Satz eine Phrase ganz kurz ok gut die erste Frage du könntest eine Person auswählen mit der du zu Abendessen gehst welche Person wäre das der Name der Person Anna Roth was ist dein Lieblingswort herrlich sagen meine Kinder immer das ist so witzig dass ich das so oft verwende ein Wort mit dem du die Klimakrise beschreiben würdest Verantwortungslosigkeit ein Buch das dein Leben verändert hat Stefan Zweig die Welt von gestern etwas Schönes was du in den letzten Monaten gesehen oder gehört hast was dir Hoffnung gegeben hat ja wirklich ich komme nicht aufs selbe zurück Fridays for Future ist eine ganz tolle Initiative die mir viel Hoffnung gegeben hat aber das ist ein schöner Abschluss ja das wär's dann auch schon vielen vielen lieben Dank dass du dir die Zeit genommen hast diesen Podcast nicht mehr aufzunehmen für die Zuhörer noch ihr könnt auf den Link in der Infobox klicken und bei unserem Wettbewerb mitmachen alle Infos dazu findet ihr auf www.unsa-vienna.org und mitmachen können alle jungen Menschen mit jeder Ausdrucks- oder Kunstform also Fotos Videos Gedicht Skulpturen Text Musik alles und wir freuen uns voll auf eure Einsendungen ihr könnt euch auch unsere anderen Podcasts anhören die findet ihr auch im Kanal das Projekt wurde auch von den europäischen Solidaritätskorbs gefördert mitmachen und mitmachen mitmachen